Ja, da sind wir bei den Blauposen und wollen mal gerade schauen, dass wir da eine drucken, die wir vielleicht kriegen können. Vielleicht sind es auch mehrere. Einfach Gummetallschuhe, okay. Gewöhnlich. Aha, mehr. Blütenbrecher, jetzt mit EasyClean Blütenblättern. Eierbrecher flott, okay. Und das war es schon. So, dann sind wir drinnen im Spiel, Leertaste gedrückt, damit es weitergeht. Wir wollten eine Massagebank machen in einem kleinen Raum. Hier würde es sich ja anbieten, ne? Ne, da soll ja Kammern von unseren Leuten hin, dann würde es sich da doch nicht anbieten. Wo würde es sich anbieten? Gute Frage. Hier ist viel Platz, hier ist Platz, da ist Platz. Hier wäre auch was. Ne, da machen wir nicht. Obwohl, lass uns das hier machen. Grab das mal hier alles bitte noch aus. Das ist auch weg. Dann machen wir da einen Boden hin. Und dann passt das schon, oder? Hier der Raum ist ja dann hoffentlich fertig. Lass uns mal grad die Prio erhöhen, damit das dann auch klappt. Da kommt noch alles weg da. Mal schauen, ob da einer kommt. So. Hier hatten wir noch Werte, die wir aber nicht machen wollten. Einfach aus dem Grund, dass wir da genug Probleme haben. Ach, hier ist noch ein Wasserproblem, ne? Wir wollten mal da vorgehen. Gute Frage. Der soll da schon mal ausgegraben werden. Okay. Die Prio hat der. Komm, dann mach mal die Prio 9 da grad hin. Vielleicht kommt er aber auch schon zum Ausgraben. Naja, geht weiter. Okay, hier wird oben gut gebaut. Aber es wird ewig dauern, bis die Leitung fertig ist, ne? Kann das sein. Okay, die Rutsche Stange, dann geht es schon mal schneller runter. Ja, obwohl sie macht jetzt hier dieses Bett genug Fertigstellung für da wird der Schleim abgebaut, damit Platz für die Rohre ist, ne? Er macht das da auch. Hier werden die Rohre schon fertig gemacht, das ist schon mal gut. Sie geht jetzt aber weg. Ach, er macht hier was. Okay. Warum hatten wir das gemacht? Weiß jetzt keiner. Ach, weil ich hier reingraben wollte, ne? Wir wollten gucken, dass wir die Pflanze hier wegkriegen. Dafür haben wir das gemacht. Komm, dann zack. Und mal Graben 9, das will ich sehen. Ist da unten schon was passiert? Oh, ist schon fertig. Medizin, hat der Mordrak geschrieben. Da ist die Massagebank. Da. Dann packen wir die doch mal hier rein. In diesen Raum. Die braucht dann nachher auch Strom. Das müssen wir mal gucken, wenn sie gebaut ist. Jetzt hier gerade oben gucken. Da ist aber noch nichts passiert. Da kommt aber gerade jemand. Ah, hier wird schön fertig gemacht. Das ist schon mal gut. Okay, hier oben fehlt es an Sauerstoff. Ist denn hier verkeimt? Ne. Gut, das ist schon mal gut. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt muss die Pflanze da ja auch rausfallen, oder? So sieht's aus. Achso, er macht jetzt das da alles. Ja, warte mal. Nehmt noch das zu. Mal schauen, wie es wird, ne? Ach, da könnten wir auch noch machen können. Warte, das machen wir noch gerade. Hier müssten wir auch zu machen können dann, ne? Mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Da wird geliefert. Hier oben das oberste Stück fehlt natürlich noch mit der Leitung am meisten. Hier ist schon was passiert, aber wischen kann ich da trotzdem noch nicht, ne? Zu viel Wasser, hm. Das ist schlecht. Grab da mal. Und noch dazu. Ich glaube, so komme ich da direkt nicht hin. Da muss ich erst das freigraben, glaube. Weiß ich aber auch nicht genau. Können hier auf jeden Fall noch graben. Vielleicht können wir das dann hinkriegen. Okay. Er wird jetzt hier noch angeliefert wahrscheinlich, ne? Ja. Und er bastelt das auch gleich. Sehr gut. Können wir das und das zerlegen. Und da können wir dann auch zumachen. Ja, dann kann das ja auch zu. Wir können hier auf jeden Fall graben, ne? Das müsste ja so klappen, dann. Können wir den auch wieder zerlegen. Und hier graben. Und das Zeug loswerden. Hier oben ist keiner gerade. Aber es ist schon ganz schön weit die Leitung runter. Gar nicht mal so schlecht. Ist das hier dann angebunden oder haben wir da aufgehört? Sanitär. Leitung. Ne, da haben wir wohl aufgehört dann, ne? Weiß gar nicht, wie weit wir da runter gehen wollen noch. Aber naja, schauen wir mal. Wie sieht es mit Essen aus? 21, letztes Mal war 19, glaube ich. Das ist ein bisschen besser geworden. Stress ist natürlich hier höchster Stress. 91 Prozent. Das ist, was macht die Bank? Die ist noch nicht fertig. Da wird drinnen gegessen in dem Raum. Vielleicht sollte man die Prio erhöhen. Und dann können wir vielleicht auch schon Kabel legen. Strom. Da gibt es schon in der Region Strom. Wo kommt denn der von da? Das sollte kein Problem eigentlich dann sein. Machen wir mal so. Eine Skulptur soll da auch noch hinter der Mordrak geschrieben. Skulpturblog. Machen wir doch mal so. Mal gucken, was dabei regiert. So, die sind alle schick am Essen. Haben alle Stress ohne Ende. 91 Prozent ist natürlich wahnsinnig. Rennen. Müssen wir mal gucken. Hier wird weitergegangen. Ah, da wird jetzt geschlafen erstmal. Macht erstmal einen guten Eindruck, oder wie? Wasser haben wir natürlich keins groß, ne? Was macht hier unsere Algen-Geschichte? Wie viele Algen haben wir? Dreieinhalb Tonnen. Okay, das geht gerade noch so. Wie viele Zyklen haben wir hier? Wahrscheinlich noch reichlich, bis der ausbricht, oder? 32 Zyklen, okay. Hier waren wir mit unserem Öl ein bisschen schon mal unterwegs. Aber das, was war denn hier? Gastank. Was sind wir denn in dem Gastank drinne? Warum ist der? Der war doch letztens noch voll. Und jetzt ist er nicht mehr voll? Unterer Schwellenwert, oberer Schwellenwert. Oha, ist blockiert, ja? Er speichert alle eingeleiteten Gase. Was ist denn da mit der Gasleitung? Das müsste unter Lüftung sein, ne? Achso, da ist es blockiert, deswegen. Aber momentan sieht es so aus, als ob hier dann CO2 reingeht, oder? 155. Aber wo bleibt es? Es wird auf jeden Fall hier, im Umgebungsfeld ist es ja auch weniger, ne? Und wer braucht das? Wann die das nicht, die... Und tätig wird Stimmung zufrieden. Ernährung ist Kohlendioxid, also wenn das das ist, dann ist das natürlich ziemlich cool, ne? Ungekühlte Nahrung, wo ist die denn? Ach, der Kühlschrank geht wahrscheinlich nicht, okay. Wo fehlt es denn da dran, dass der Kühlschrank nicht geht? Keine Kohle mehr wahrscheinlich, aber die läuft doch. Und was hat mal unzureichende Sauerstoffproduktion? Ah, hier, weil... Wahrscheinlich Dingens ist, wie heißt es? Chlor-Galash-Load. Da ist aber ziemlich viel Sauerstoff drinnen, ne? Hier unten ist ja auch was schiefgelaufen. Ja, da gehen wir besser momentan nicht hin. Aber hier wäre es cooler, wenn das Wasser dann mal wegkäme, ne? Können die da hin und dann das graben? Weiß ich nicht. Schaut schwierig aus. Was macht unsere Massagebank? Die ist schon mal fertig. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die Prio an der Dingens ändern, an der Stromleitung hier mal gerade ändern, damit die das kriegen. Warte, da drüber muss auch noch einer. Ja. Das hier zusammendrücken wird auch noch ne Tat. So, Massagebank braucht Strom, damit es bohren geht. Moment. Wie sieht es hier aus? Da passiert gerade noch nichts. Hier wird aber die Dingensleitung, glaube ich, gemacht. Na, der ist schon fertig geworden. Jetzt müssen wir den da noch hinkriegen. Ne, den kann ich noch nicht zerlegen. Hier muss jemand das da ausgraben erstmal. Kommen die da nicht hin? Kann das sein? Dann müssen wir mal da gerade ne Leiter hin machen. So, hier viertelst du noch an der Leiter. Ah, an der Leitung. Stress erbrechen. Oh Gott. Oh shit, ja. Können das mal einer aufwischen. Verschmutztes Wasser ist es. Okay. Und noch mehr sogar. Oh Mann. Der Stress hört näher auf. Obwohl, da müsste bei Renn ja jetzt der Level dadurch ein bisschen runter gehen, oder? Das können wir hier sehen, ne? Ach, der hat 100%. Okay. Das geht jetzt noch eine ganze Weile wahrscheinlich so, oder? Rennen müsste ganz dringend hier auf die Massagebank. Massagebank. Alley. Niesbitt. Alley. Massagebitt. Alley. Alley. Massagebitt. Alley. Wir müssen da erstmal hier die auf dem hohen Level haben. Und die bringen wir erstmal auf 50 runter. Die Skulpturen sind schon fertig. Warte mal den Raum ansehen. hatte maschase klinik das heißt ich krieg jetzt einen doppelten wert dafür das ist schon mal gut dass es geklappt hat mit den skulpturen gut das geht also schon nur elli müsste da mal runter und wie viele leute haben jetzt über 80 prozent erst mal renn und joshua müssen auf die bank damit das nicht elli ist jetzt das können wir mit der zeit runter machen wenn die anderen beiden entstresst sind das ist schon wieder gewischt worden und dann müssen wir noch mehr erwischen und der rennen macht immer noch mehr stress und eben war schon der zweite ne joshua war das ok das kriegen wir aber auch in kraft denke ich nisbett ne elli geht doch da jetzt mal runter du bist doch jetzt mal langsam fertig ne stress hat elli denn noch ok die hat trotzdem auch schon 77 prozent dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt dass sie da noch drauf liegt gut wie man weiter wie geht es weiter was macht hier unten das da ist nichts passiert geht der wird schon wieder voll ich weiß aber nicht warum da jetzt mit mal nichts mehr drin war das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden eigentlich müssten wir das hier einleiten damit die das weg haben wie viel sauerstoff haben die denn da unten wenn die da zu viel sauerstoff haben ist ja auch nicht gut na dann sterben die ja ja das müssen wir gucken wie wir das hinkriegen wo sind die denn jetzt hier lang ach so da haben wir auch versucht was auszugraben und ich den jetzt da und das entwurzeln ging nicht das heißt ich muss jetzt hier da was hin bauen damit das zu ist und dann kann ich den hier entwurzeln und dann fällt er runter hoffe ich so muss das irgendwie sein und hier kann ich wahrscheinlich nichts machen weil die da ist das heißt muss jetzt hier gehen mal dahin und grab den mal aus dann muss ich den auch ausgaben können gut hier haben wir auch so eine situation verschmutzen sauerstoffe bei denen ist ja nicht so schlimm so wie sieht es hier aus wir haben wasser hier unten müssten wir jetzt auch wasser hin haben hier wollen wir das gleiche wieder oben ja noch machen aber keine neuen aufgaben machen die sind erstmal hier zu viel gestresst wir müssen vom stress runter jetzt ist joshua aber 100 prozent wer weiß wo der sich gerade hier ist er joshua holt da rum wo geht das wasser von joshua hin kommt das hier an ja jetzt kommt es hier an wischen aber das ist sauberes wasser oder was das ist ja dann gut und ellie wie weit bist du mit deinem massage ellie ist von der bank das ist schon mal gut wie sieht es denn bei ellie aus da sehe ich jetzt gar nicht ellie hat jetzt 80 prozent joshua müsste auf die bank naja ich würde sagen wir machen erst hier wieder einen cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit welches nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao joshua Vielen Dank.